Hey Leute, ich bin gerade auf der Route 19 und ich bin auf der Jagd nach einem Shiny Sterndu und so wie es aussieht, habe ich jetzt so circa nach 2 Stunden Erfolg gehabt. Jedoch habe ich es noch nicht gefangen, aber es ist da, was sehr sehr gut ist. Okay Glurak, zurück in den Pokéball. Ich hoffe, dass ich die Trainerin dazu holen kann. Ich weiß, dass man in der Luft nur alleine am Start sein kann. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn man gerade am Surfen ist. Shiny Sterndu. Das ist auch das erste Mal, dass ich ein Shiny Sterndu sehe. Das sieht ja richtig gut aus. Ups, das war jetzt kein guter Wurf. So wie es aussieht, kann ich die Trainerin nicht dazu holen. Nicht so schlimm. Okay, großartig. Ah, ich bin so wie jedes Mal ziemlich aufgeregt. Es hat hingehauen. Wie wunderschön. Nice, ey. Original ein Shiny Sterndu. Mit dem Wesenscheu. Richtig cool. Richtig cool. Alles klar. Heftig. Wie cool sieht der Shiny Sterndu bitte schön aus. Zu cool, ey. Vielleicht können wir gleich ein ganz normales Stern bewischen. Da, da ist es. So schaut die normale Form aus. Und die Shiny Form ist ja richtig schön heiß und silber. Richtig nice. Irgendwo hier kann man doch chillen. Also jetzt stehen. Das meine ich mit chillen. Naja, Surfen ist ja nicht chillen. Ihr wisst, was ich meine. Genau wie dieser Kollege hier. So, Sterndu. Du kommst jetzt bitte einmal raus. Will unbedingt sehen, wie das aussieht, wenn Sterndu einem hinterherläuft. Richtig cool, ey. Dem Team hinzufügen. Level 43. Sehr, sehr schön. Alles, was ich jetzt benötige, ist ein Wasserstein. Darum werde ich mich gleich kümmern. Und dann können wir auch Sterndu zu Stami weiterentwickeln. Und die Weiterentwicklung werden wir uns gemeinsam reinziehen. Ist gerade nicht notwendig. So ein Augenblick. Ich habe etwas vergessen. Ich muss das ja aus dem Pokéball erstmal holen. Nice, nice. Ich freue mich. Oh, wie cool, ey. Hammer. Mann, ist das geil. Wie cool sieht denn Sterne in der Shiny Form aus. Und alleine schon, wie es einem verfolgt. Richtig cool. Hammer, oder, Leute? Richtig nice. Okay. Ich mache mir kurz einen Wasserstein klar. Und danach schauen wir uns die Weiterentwicklung an. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020